Wer seinen eigenen Strom erzeugen will, der kommt eigentlich an Photovoltaik nicht vorbei. Aus Sonnenlicht Energie erzeugen. Das klingt eigentlich total einfach, dahinter steckt aber sowas wie ein kleines Wunder. Ich hab mich für euch schlau gemacht. Und dazu besuche ich den Sonnenpark in Eugendorf. 4.500 Solarmodule werden hier nach der Fertigstellung so viel Strom liefern, wie 650 Haushalte in einem Jahr verbrauchen. Das Phänomen Photovoltaik kann er mir erklären. Georg Winkler. Damit man das ein bisschen verstehen kann, wie das funktioniert, stellen wir sich vielleicht einen Burger mal vor, die zwei Burgerbrote ohne Paddy in der Mitte. Und dieses Burgerbrot besteht jetzt mal aus Silizium. Das Silizium hat grundsätzlich vier Außenelektronen und möchte mit seinen Nachbarn eine Verbindung eingehen. Solange da jetzt nur Silizium drin ist mit vier Außenelektronen, findet jeder eine Verbindung und alles ist gut. Jetzt machen wir aber folgendes. Im oberen Brot machen wir eine Eindotierung. Sprich, man fügt einen Stoff ein, der hat ein Elektron mehr. Im unteren Brot fügt man einen Stoff ein, der hat ein Elektron weniger. Sprich, es bildet sich ein sogenanntes Loch. Das untere Brot sägt, hier oben sind freie Elektronen und die könnten meine Löcher stopfen. Das passiert aber nur so lange, solange das untere Brot und das obere Brot sägt sozusagen. Wenn die Grenzschicht dann dick genug ist, sprich, es bildet sich dieses Burger-Paddy aus, wenn das dick genug ist, dann senkt die nicht mehr zueinander. Und es ist eine Schicht in der Mitte, wo wieder überall vier Elektronen sind und alle eine relativ stabile Verbindung haben. Und so sieht der fertige Solar-Burger aus. Das untere Brot ist negativ geladen, das obere positiv. Im Burger-Paddy in der Mitte, der sogenannten Grenzschicht, passiert bei Sonnenlicht der Zaubertrick. Und zwar bei den Bohratomen, die eigentlich je ein Elektron zu viel haben. Die Sonnenstahlen treffen auf das Burger-Paddy. Jetzt erinnert sich das eine Atom, naja, so fest ist eigentlich meine Verbindung gar nicht. Und es wird wieder aussergeschossen. Jetzt weiß das Elektron nicht so recht wohin, dann seht ihr aber, heute oben ist ein positiver Pol. Ich bin ein Elektron, ich bin negativ, ich möchte gern zu dem positiven Pol. Und so fangen jetzt diese Elektronen zum Wandern an. Verbindet man jetzt mit einer Leitung die obere Schicht mit der unteren, fließt Strom. Solange Sonne da ist, wandern die Elektronen immer im Kreis. Im Gegensatz zu unserem Solar-Burger sind die Solarzellen nur etwas mehr als doppelt so dick wie ein Haar. Ganz feine Leitungen führen die Energie von der Oberfläche weg. Diese Wafer, wie die Zellen in der Fachsprache heißen, werden zusammengelötet und zwischen Platten gepresst. Fertig ist ein Modul. Das PV-Modul ist alles da, was in den schwarzen Rahmen drinnen ist. Es besteht aus 144 Zellen und diese einzelnen Zellen werden über die Busbars gesammelt, zu einer Schiene gebracht. Und von der Schiene geht dann ein Kabel weg. Das Kabel wird wieder mit dem nächsten Modul verbunden. Und so werden die Module aufgefädelt zu einem sogenannten PV-String. Und der PV-String wird dann zum Wechselrichter geführt. Den brauchen wir, damit wir den Strom auch im Haushalt nutzen können. Denn wir benötigen Wechselstrom. Aus den Solarmodulen fließt aber Gleichstrom. Wir brauchen Elektronen, die so schwingen. Die Solarzelle macht Elektronen, die im Kreis wandern. Wir brauchen nur ein Teil, das die Verwanderung in einer Schwingung umwandelt. Und das ist der Wechselrichter. Ein modernes Solarmodul hat eine Spitzenleistung von 350 bis 470 Watt. Umso größer die Anlage, desto mehr Strom gibt es. Ein Volleyballfeld kennen wir alle. Jetzt legen wir das Volleyballfeld mit PV-Modulen aus. Und die Sonne knallt wirklich schön drauf auf das Volleyballfeld. Dann können zehn Haushalte kochen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Geschichte. Die meisten Solaranlagen stehen auf Dächern und liefern jede Menge Strom. Der Nachteil, die größte Ausbeute gibt es zum Mittag, wo beim Vergleich zum Morgen und zum Abend wenig Strom verbraucht wird. Hier in Eugendorf stehen die Module senkrecht, nach Osten und Westen gerichtet. Bei D-Modulen haben wir den coolen Effekt, dass die meiste Leistung eigentlich gleich in der Früh zur Verfügung steht und dann der zweite Peak am Abend kommt. Und zur Mittagszeit, wo wir eh im ganz Österreich nicht so viel Strom brauchen eigentlich, produzieren die auch gar nicht so viel. Die Zutaten für Sonnenenergie sind alle da. Sonne gibt es im Überfluss und auch Silizium gibt es wie Sand am Meer. Schließlich wird Silizium aus Sand gewonnen. Und die Anlagen werden immer besser. Aktuell haben wir Solarzellen-Markt, die einen Wirkungsgrad von bis zu 22 Prozent haben. Das ist schon sehr, sehr gut. Das hat sich in den letzten zwei Jahren eigentlich um ein bis zwei Prozent nach oben korrigiert. Also man sieht da, die Entwicklung geht stetig nach oben. Und Forschungen und Prognosen sagen, dass man irgendwann einen Wirkungsgrad bis 2035 anstrebt von 26, 27 Prozent. Das heißt, man kann dann wirklich ein Viertel von der Sonnenenergie, die man fast unendlich auf der Welt hat, nutzen, damit man elektrische Energie erzeugt. Übrigens, wenn es bei der Erklärung jetzt nicht gleich Klick gemacht hat, keine Sorge. Der erste Mensch, der die Sache richtig verstanden hat und auch einen theoretischen Beweis für diesen sogenannten photoelektrischen Effekt geliefert hat, war Albert Einstein. Und dafür hat er sogar einen Nobelpreis bekommen. Ob der wohl dabei auch an Burger gedacht hat? Und dafür hat er sich nicht mehr, wenn es bei der Erklärung ist.